Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play von A Plague Tale. Wir sind im zweiten Kapitel angekommen. Die Fremden, die müssen erstmal Hilfe suchen, denn Hugo ist krank immer noch und die beiden sind durchnässt, weil wir hier bei der Flucht durch den Fluss mussten. Leider haben die beiden jetzt hier ihre komplette Familie verloren und sie jetzt quasi weisen. Das ist eine gute Frage. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Den Kleinen erstmal klar machen, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Das ist natürlich auch eine schwere Aufgabe. Der war fast sein ganzes Leben nur in den einen Raum eingesperrt und er kennt die Welt halt eigentlich gar nicht. Naja. Erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode von A Plague Tale. Oh, guck mal, da oben. Das ist ein Kloster oder eine Kirche, ne? Also wir sollten uns doch lieber von solchen Gebäuden weghalten, wenn die Inquisition schon hinter dem her ist. Genau, wo sind alle? Und was ist eben noch alles passiert, als wir geflüchtet sind mit dem Erdbeben und so weiter? Ein paar Gänse und Hühner haben wir hier. Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Die sind wirklich alle verdorben. Es scheint so, als wäre hier schon lange keine Menschenseele mehr gewesen in den Ortschaften. Ja, drüben kann ich gar nicht. Wir hätten uns ja vielleicht ein Pferd nehmen können, um schneller zum Doktor zu reiten. Überall auch die Fliegen, die Mistfliegen und so unterwegs. In der Ecke nichts mehr. Hätte ja sein können, dass da vielleicht noch ein Sammelobjekt liegt oder so. Eine Menge Leute, Rauch. Ah, ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine Menge Leute vielleicht verbrannt wurden. Wenn es hier wirklich noch um die Pest geht, um die Krankheit, die ausgebrochen ist. Verzeihung! Bitte wartet doch! Madame! Oh! Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich! Allerdings. Sie haben sofort die Türen zugemacht. Die können ja an den Türen klopfen, aber ich denke nicht, dass jemand aufmachen wird. Verzeiht! Ich bin die Tochter von Sineur Robert der Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe! Bitte! Es ist so kalt! Robert der Ruhn. Was war also der Name? Jemand hier! Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der der Ruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an! Bitte helft uns! Ich bin jetzt ganz und hungrig! Was ist denn hier nur los? Es gibt ja noch... Aber das ist alles verdorben. Auch hier das Fleisch? Alles verwahrlost. Wir haben jetzt mehrere Wege. Da vorne war ja auch noch eine Abzweigung. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe! Es macht niemand auf! Was ist nun los mit ihnen? Angst. Menschen handeln nicht rational, wenn sie ängstlich sind. Jedenfalls nicht in den meisten Fällen. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Fenster laden auch noch zu. Ganz schön viele Gassen, wo man hier überall durchlaufen kann. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg! Und wo sollen wir hin? Da ist jemand! Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist! Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist! Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden! Okay. Auch hier die Statue, die noch so... Wie toll diese Einzelheiten alle sind. Oh, oh, da ist schon ein... Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt! Ja, da solltest du weggehen! Komm zurück! Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden! Du darfst nichts anfassen! Oh, sie dürfen nicht nach draußen! Die Sache ist viel ernster! Wir könnten uns anstecken! Also lauf nicht überall herum! Ist gut, tut mir leid! Oh ja. Die Markierungen... ...für infizierte Pesthäuser. So war das auch damals. Im Mittelalter. Hier war ein Feuer! Sie haben alle Möbel verbrannt. Ganze Einrichtung von den Leuten. Weil sie damals nicht genau wussten, wie das Zeug übertragen wird. Aber hier sind ja alle... ...alle Türen markiert. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Das halbe Dorf ist ja hier markiert, ey. Okay, Teppichgeschäfte hier. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Oh Gott. Hört sich nicht nach einem Fest an. Oh Gott. Das ist der... ...das... ...also der Rauch. Der Rauch, den wir gesehen haben. Mein Gott. Ihr... ...ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von Ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschweiß hat unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Die dreckige Musik. Glaub, Hugo! Was ist los, Amicia? Oh mein Gott. Glaub einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Gimmonus! Oh, da vorne sind auch welche mit Äxten und Sicheln. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Okay. Oh nein, da oben sind vielleicht die Nächsten. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte! Dann schnapp ich sie mir. Okay. Bleibt ihr jetzt die ganze Zeit da unten stehen? Ich kann auf jeden Fall einen Stein an die Pfannen auf der linken Seite werfen. In der Hoffnung, dass er dann runterkommt. Oh, die haben da schon Dorfbewohner, infizierte Dorfbewohner auch verbrannt und so. Die drehen halt auch durch. Und geben hier komischen Leuten, äh, anderen Leuten die Schuld. Von wegen die Musik hat die Ratten angelockt. Ja. Was soll dieser Lärm? So. Der hat auch so eine Sichel in der Hand. Sobald er unten ist, müssen wir die Treppe hoch. Wie man ihr Atmen auch noch hört. Voll gut gemacht. Shh, shh. Okay. Ruhig, Hugo. Nichts. Okay. Okay. Laufen, laufen, laufen. Da kommt die nächste Bande. Wo? Wo sollten wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Da, die Mauer. Die Mauer. Sie kommen. Komm schon. Schnell, schnell. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Nee. Warum tun Sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Okay, wir können den Karren hier schieben. Was ist das für eine? Das ist eine Gerberei, wo wir hier sind. Das muss bestimmt auch ordentlich stinken hier. Okay. Wir können den Wagen da hinten hinschieben. Los, schieben wir sie. Na gut. So, jetzt können wir da dran hochklettern. Jetzt können wir raufklettern. Komm schon, Kleiner, du zuerst. Okay. Da liegen wieder ein paar Steine. Die habe ich aber voll. Da oben leuchtet was an dem Kasten. Ah, guck mal. Das ist auch wieder sowas. Wo kann ich die denn hinschieben? Wahrscheinlich, um hier oben rauszukommen. Dann kann ich hier den Karren runterholen. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Wenn der runter... Jetzt sagt sie es schon selbst. Aber wenn der runterfällt, dann kann ich... Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Ja. Ja. Jetzt muss ich die Schleuder leider benutzen. Das macht echt Krach. Erstens der Schuss an sich und dann auch noch, wenn das runterfällt. Ups. Das hat doch bestimmt irgendjemand gehört. Hilf mir beim Schieben. Ja. Erstmal von der Wand weg. So. Vorsicht. So, der steht auch. Die Steine lade ich aber nochmal voll auf. Damit mir hier keine ausgehen. Immer schauen, dass man sechs Stück dabei hat. Kletter hoch. Ich helfe dir. Und nochmal kleiner. Dann haben wir es gleich geschafft. Die Frage ist, ob hier nicht gleich der nächste Mob um die Ecke kommt. In diesen engen Gassen hier. Was? Oh oh. Ich dachte eben, die will uns helfen, die Frau. Nein, die ruft. Die sieht nicht sicher aus, Hamishia. Die Leiter sieht nicht sicher aus. Und wenn wir hier lang gehen? Die Leiter dauert doch zu lange, glaube ich. Erstmal. Vielleicht auch mal drauf hören, was der Kleine sagt. Ähm. Oder auch nicht. Hier geht es ja gar nicht weiter. Mist. Ich dachte, es gibt vielleicht alternative Wege. Die Leiter sieht mir nicht echt nicht sicher aus. Nein, die hält echt nicht. Geht zur Tür. Ich bin da. Ah. Okay. Wie soll ich da hochkommen? Oder auf die... Und jetzt? Boah, der schiebt das hier runter. Boah, Junge. Sehr schön. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Nee, echt nicht. Puh. Ganz schön kräftig, der Kleine, dass er das alleine da runter schieben konnte. Amishia, versteck dich. Der Typ mit seinem zusammengebauten Streitkolben, ne? Komm schon. Fühlt sich mächtig stark, hier die Unschuldigen wegzubrennen. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Aus der Kirche. Okay, haben sie in der Kirche dann noch andere Leute eingesperrt? Und der Konrad hat also jemanden verloren, ein Familienmitglied. Und deswegen dreht er langsam durch. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung. Na los, geh. Vorsicht. Aber wenn die schon davon reden, jetzt müssen wir Kinder jagen. Wir hätten uns ja einfach auch mal gehen lassen können. Okay, Tonkrug habe ich noch dabei. Okay, wir müssen da durch das Tor. Dann wechsle ich mal wieder auf den Tonkrug. Ich werfe den einen da in die Ecke. Vielleicht den zweiten wieder mitnehmen, schnell. Und jetzt schnell rüber. Noch nicht sprinten. Wir sind zu dicht dran. Nein, nicht schon wieder. Ja, du sagst es. Diese Wilden. Die sind alles nur verseuchter Gebäude. Die Tür, die Tür. Komm schon. Nein. Man kann, man kann die Türen leider auch nicht verriegeln von drin. Sie klemmt. Hier, die Tür klemmt. Hier, das Fenster. Okay. Wie das Licht durchs Fenster scheint, ey. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Ich brauche die Tür. Hugo, tu doch was. Glaubst du? Das ist wirklich der Konrad auch noch. Ich kann nicht mehr, Miesia. Mit seinen Kolben. Wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Nur noch ein kleines Stück. Du weißt doch nicht mal, wo wir sind. Die sind doch eine tote Schweine. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Keine Angst? Ich hoffe, du bist keine alte Hexe, die uns kochen will. Hoffentlich hat das keiner gesehen. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen, Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. In diesem Viertel ist die Seuche besonders schlimm, Natal. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Puh. Entkomme den Dorfbewohnern. Das haben wir nochmal geschafft. Die scheint ja nett zu sein, wenn sie uns hier einfach so hilft. Ha. Einfach so eine selbstlose alte Dame. Können nur hoffen, dass das hier kein infiziertes Haus ist. Hier ist die Kiste. Aber da liegt noch was auf dem Tisch. Was haben wir denn hier? Weihrauch. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Okay. Weihrauch. Oh, habe ich schon eins vergessen? Da fehlt hier ein Stück. Ja, aber eben, man musste so viel laufen, da hat man gar nicht so viel Zeit gehabt, sich mal ordentlich umzusehen, weil man ja auch nicht gefasst werden wollte. Wenn das nach Reihenfolge geht, habe ich eins vergessen. Ärgerlich. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt. Für einen Auslöser der Seuche. Und um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Wir suchten also schon, falls man, falls das eine Krankheit ist, die durch die Luft verbrennt, dass man da Bakterien, die dann umherfliegen, damit, damit sterilisiert sozusagen. Die Luft, naja, hat damals in Zeiten der Pest nicht funktioniert. Aber da wurde die Krankheit ja auch voll. Das ist besser. Oh, schick. Wir müssen Mama finden, Amis, ja. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Junge. Warte doch mal. Boy. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, das Outfit hier. So eine kleine Armschiene, die er da hat. Also zu Zeiten der Pest wurde die Krankheit ja auch von Ratten weiterverbreitet und so. Und da sind sie halt nicht sofort drauf gekommen. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clair. Ich bin Amicia. Und das ist Ugo. Bedank dich, Ugo. Vielen Dank. Clair, wie... Was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause. Sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clair, wie also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Okay, das Crafting-System. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Was auch gut ist, ihr Zopf, ne? Der bewegt sich halt recht gut realistisch. Ab und zu, wenn ich sie so bewege, hängt da über die Schulter nach vorn. Da. Und dann geht er auch wieder nach hinten. Je nachdem, wie sie sich wieder bewegt. Das ist zum Beispiel fortschrittlicher als in Assassin's Creed. Cassandra. Also ich mag Cassandra in Assassin's Creed ja auch sehr gerne. Und auch das Spiel sehr, sehr gerne. Aber ihr Zopf, den Cassandra hat, der ist halt immer auf der gleichen Seite. Und egal, wie man kämpft oder wie sie sich bewegt, der geht da halt nicht weg. Ah, guck mal hier. Gut, ich hab das Werkzeug. Jetzt brauch ich nur noch das Leder. Das Leder soll im Garten sein. So, wir gucken, dass mich hier draußen keiner sieht. Hier sind die Lederriemen. Gut, dann an die Arbeit. Lederriemen, eins von acht. Ich glaub, hier muss ich nachher, wenn wir weitergehen, den Jungen wieder durch, durchstopfen, durch das Loch, damit er hier die Tür aufmacht oder so. deutet jedenfalls alles darauf hin. Wow, dieser Innenhof. So, schauen wir mal, was wir aus der Schleuder noch basteln können. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Halte X gedrückt, um die Schleuder zu reparieren. Okay, da haben wir die Schleuder. Wenn ein Gegner am Kopf getroffen wird, ist er sofort tot. Während Amisie ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Ja, hab ich auch gesehen. Ei, ei, ei. Was macht sie denn, die Schleuder, dann danach noch? Dank einer besonderen Behandlung der Schnur liegt Amisie die Schleuder besser in der Hand, sodass sie die schneller und effizienter einsetzen kann. Also jetzt, wir haben das erste Update. Damit machen wir auf jeden Fall tödliche Kopftreffer. Was haben wir denn hier noch? Ein Beutel. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Okay. Kann ich aber noch nicht bauen. Fählen wir Materialien. Auf der rechten Seite sieht man die ganze Liste, was man da alles haben kann. Leder, Stoff, Flüssigkeit sogar. Oh, das ist Öl. Naja. Was haben wir denn hier noch? Inventar kann ich auch vergrößern. Bietet Platz für bis zu zwölf Materialien einer Art. Amicia verstärkt die Dicke ihrer Tasche für Materialien und macht sie robuster. Ich frage mich, ob man dann auch bei ihr die Taschen dran verändert sieht oder so. Munitionstasche für Zehngeschosse. Können wir also Zehnsteine mitnehmen. Und Ausrüstung. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Ah, Amicia entfernt das Holz der Schuhsohlen. Holz in den Schuhsohlen. Und wickelt ihre Unterschenkel mit dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Ja, ihre Bewegungsgeräusche. Und was ist mit den Bewegungsgeräuschen vom Jungen? Was haben wir denn jetzt noch? R1. Können wir noch mal zur Seite gehen? Ach nee, das sind die Sammlobjekte. Okay. Das Geschenk. Pfeife. Geschenke gibt es nur elf Stück im ganzen Spiel. Und Choriotäten 26. Naja, vielleicht muss man das auch öfter spielen, um dann mal alle zu finden für Trophäen oder sowas. Gut, ich sollte mich bei Klavier bedanken. Sollten wir. Du kannst jederzeit mit dem Touchpad das Herstellungsmenü aufmachen. Kann ich. Kodex. Und da ist es ja. Aber brauche ich nicht auch immer eine Werkbank, um das dann auch zu machen? Oder kann ich das on the fly einfach hier? Scheint auch so zu gehen. Gibt es auch eine Karte oder so? Nö, gibt es nicht. Okay. Da hat uns die Dame doch echt gut ausgeholfen hier. Wir haben neue trockene Klamotten. Die sogar ganz schick irgendwie aussehen. Ist auch nicht so auffällig, wie so adelige, schöne Klamotten anzuhaben. Und ja, mal gucken, wie wir hier aus dem Dorf rauskommen, ohne verbrannt und massakriert zu werden. Und dann ja, in der Kirche. Kranke Leute hat man damals auch noch in der Kirche untergebracht, weil man ja noch versucht hat, die dort irgendwie zu behandeln von den Mönchen und so. Auch um die Krankheit ein bisschen besser kennenzulernen und zu studieren. Deswegen haben die Leute daher wahrscheinlich jetzt Angst, da zur Kirche zu gehen, weil sie nicht sterben wollen. Gut, dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter mit A Plague Tale. Ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel bisher. Und wir stehen noch am Anfang und haben noch einige spannende Stunden vor uns. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart in der heutigen Episode. Und vielen Dank für eure Unterstützung und den Daumen nach oben. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.